Ich muss, ich krieg Depressionen. Ich kann das nicht muten. Wie mach ich das aus? Tobi, ich krieg Depressionen hier, Digga. Ich krieg wirklich Depressionen. Mach das aus, Mann. Hört auf! Mann! Iiiiih! Leute, das ist nicht dein Ernst. Ich hab mir ein Shake im Supermarkt gekauft und ich mach den gerade auf. Der ist geresealed. Der war einfach auf. Die verkaufen resealed Shakes, Junge. Gut, dass ich das... Perfekt, Digga. Ich halt's. Minecraft. Was auch immer noch gut läuft. Fortnite. Dem Mong-Ass. Damals mega im Hype gewesen. Forgeil. Halt einfach dein... Philipp, warum? Wenn man ein Tier hat, ist dieser Gegenstand Haustier extrem wichtig. Gerade wenn man mit dem Tier rausgeht. Leine. Leine. Vielen Dank für die gute Unterhaltung. Du H-E-S-H-N. Was heißt H-E-S-H-N? Klar, ich weiß es. Oder? Jan wurde angezeigt. Tourette kocht ungespielt neues Essen. Tourette beim Schlafen. Wir zeichnen... Halt bitte dein... Warum, warum, warum? Wir zeichnen Gisela im Schlafhaus. Das würde ich mir reinziehen. Moin, feierst du lockerer Techno? Kleiner Support of Low Budget wäre ein absoluter Traum für Head H. Digga, du kannst doch nicht hier einen Link reinsenden. Weißt du, wie dumm das ist, Bro? Du kannst doch hier keinen Link reinsenden. Bist du lost? Der wird vorgelesen. Wie soll das denn gehen? Monumental? Da schaue ich später mal rein. Dankeschön. Ne, du bist gemeint. Danke, Marius, für die Fünfer. Philipp, schade. Ein Euro reicht nicht, damit es vorgelesen wird. Und werden uns mal anschauen, was so... Halt bitte die F***. Philipp, was ist dein Problem mit mir? Was ist dein Problem? Ich bin schon... Jetzt halt doch endlich dein... Was ist so passiert? Ey, Chat! Was ist euer Problem? Was habe ich euch getan? Warum soll ich denn... Ihr schaut einen Stream von mir. Ja, Bro. Ich bin Sklave von meinen Donuts, Digga. Der macht Werbung und die anderen sagen mir, ich soll's m*** halten. Schade, Philipp. Guck mal, die ganzen X werden nicht vorgelesen, die du gemacht hast. Tja, gibt's nicht, oder? Halt dein... Wegen dir bin ich jetzt arm. Digga. Kann jemand einfach eine Compilation davon zusammenschneiden, wie Philipp hier 200 Euro donatet, nur um mir zu sagen, ich soll die F*** halten und sich dann am Ende zu beschweren, dass ich... Dass er arm ist? Äh, Alter, Digga, Alter. Oh, Digga, er hat gefurzt. Er riecht's gerade bei Nacht. Guck mal, er riecht's einfach. Kleiner als 3 und Dollar. Prozent. Dollar. Prozent. Und Prozent. Prozent ist gleich Prozent. Dollar. Prozent ist gleich Prozent. Das war so eine dumme Idee. Es war so eine dumme Idee. Und Dollar ist gleich Prozent. Euch die Möglichkeit zu geben, dass eure... Das eure... Das eure... Das eure Sch*** Donuts hier vorgelesen werden. Das war so eine dumme Sch*** Idee. We smart. Einen Streamer auf Wish bestellt. Hab dich lieb. Kleiner als 3. Das hätte ich mir so schenken können, Digga. Ja, das muss sein. Ich hab davon 4 Stück. Du bewegst dich die ganze Zeit... Maximilien, danke für den Euro. Also Maul halten wäre schon lustig. Warum? 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 Warum lasst es? Ich weiß nicht, was das über heute ist. Könnt ihr aufhören, euch über meine Donuts zu unterhalten, Alter? Serial Michel, Dankeschön. Macht den Kack doch aus. Ich weiß nicht, wie das geht. Das hat mein Mitarbeiter Tobi eingestellt. Ich bin dumm wie sonst was. Meister Eder, Dankeschön für den Zap. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Mann, Chat. Chat, was haltet ihr davon? Kasimi, wig du sie mir und jetzt halt's Maul. Was haltet ihr davon, Chat? Was haltet ihr davon? Wenn wir einen Stream machen, wo ich mich ins Bett lege und ich mache eine Kamera hin und ihr könnt die ganze Zeit böse Sachen. Also ihr müsst mich am Einschlafen hindern, wo ihr die ganze Zeit laut seid. Versteht ihr, was ich meine? Roll von der Bank, Dankeschön. Das ist doch geil, oder? Also ich versuche quasi zu schlafen. und wir machen einen Stream und ihr könnt irgendwelche Lautsounds abspielen über Donos. Das ist doch geil. Damit mache ich eine Menge Geld und das war's, Digga. Hast du rechte? Dein Maul-Joke war halt beim zweiten Mal schon nicht mehr witzig. Kauf AK nie von dem Geld. Nenn kuschelt hier von mir. Dankeschön. Da habe ich einfach irgendwas gesagt. Mich umgedreht. S-L-Y-Baro muss sein. Einschaltungszeichen, 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 Lass es bitte. Dankeschön, dass ihr wirklich nett hirrt. Dankeschön, Bro. Kleiner als drei kleiner als drei kleiner als drei kleiner als drei Das spielt immer weiter ab Nein, nein, nein Ich muss ich krieg depressionen, ich krieg depressionen Das ist nicht Ich kann das nicht muten, ich kann das nicht muten Tobi, komm mal bitte schnell, Discord Ich krieg depressionen, ja bitte, das ist wirklich wichtig Guck einfach in meinen Stream, dann siehst du, was passiert Okay Tobi Die machen mein Donutool kaputt Wie mach ich das aus Was machen die denn Die spammen die ganze Zeit Geld hier rein, das wird vorgelesen Es kommen die ganze Zeit, hier kommt Kapital-Brat-Texte und sowas rein Okay, was soll ich jetzt machen Wie macht man das mit, dass das so lang ist, das soll, das soll Wie kann man das Entweder, wir machen das ab 10 Euro nur Die kennen keine Grenze Auf der Heide büllt ein kleines Blümelein Und das heißt Erika Tobi, ich krieg depressionen, ich krieg wirklich depressionen Mach das aus, Mann Der zählt das Alphabet aus, Tobi, bitte Hilf mir doch mal, bitte, Bro Ich, Digga, ich höre auf Mach's bitte, ich lege jetzt auf und mach einfach gar nichts Digga, Tobi, bitte mach das raus Ich weiß wirklich nicht, wie das geht, ich hab keine Ahnung vom Tippi-Stream Du machst jetzt, ähm, gehst einmal auf deine Alert-Quelle, ja Rechtsklick Man, ich will nicht, ich will Streamer sein Ich will was anderes machen, ich will im Aldi arbeiten Oder sowas ganz normal, ganz normal Dann stell es wenigstens oben, Alter Es ist leider so, dass ich, ähm, nach 8 Uhr Feierabend hab Tobi Und da kann ich auch dann nichts mehr ändern Dann scrollst du runter, Cash aktualisieren Es hat aufgehört Das heißt, die haben alle umsonst jetzt Geld donatet Äh, außer es ist über 10 Die haben alle um... Max wurde um 5 Euro gescannt Bugge Die wurden alle gescannt Ich hab euch... Ich hab euch ausgedribbelt Ich hab euch so ausgedribbelt Und das Gute ist, das Gute ist Keiner aus meiner Community hat mehr als 10 Euro Weil die sind alle dumm und arm Ich bin reich Und ich sch*** auf alles Ich bin reich Ich bin reich Ah, guck mal, die machen jetzt neue Sachen hier rein Voll geil Texas Beach Klar P-A-P P-A-P Was muss ich denn machen? Was muss ich denn machen, damit es aufhört? Ich kann das nicht skippen. MAAAAAAA! Tobi, es bringt nichts. Die machen immer noch weiter. Mach es auf 100 Euro, bismar. Keiner, keiner wird auf 100 Euro hochgehen und deshalb machen wir es jetzt so. Und wenn dann jemand auf 100 Euro hochgeht, eine Donation auf 100 Euro, die vorgelesen wird, dann mache ich es aus. Warum? Komisch. Meine Kreditkarte ist überzogen. Das ist der Typ, der eben seine Kreditkartennummer reintonatet hat. Ich bin gebrochen, Chat. Ich bin wirklich gebrochen.